Jetzt gehen wir direkt nach Brüssel zur letzten Etappe der Verhandlungen über die Einführung der populären Finanztransaktionssteuer. Eine Steuer, die Milliarden Euro für die Armutsbekämpfung einbringen kann. Wir schalten live in die Verhandlungen. Nummer 10 auf der Agenda ist die Finanztransaktionssteuer, FTS. Gibt es etwas Neues zur FTS? Irgendjemand? Aufregend! Hm, vielleicht wurde ja auf der Pressekonferenz schon alles besprochen. Wann werden Sie nun endlich die Verhandlungen über die FTS abschließen und die Steuer einführen? Minister? Minister? Keine Antwort? Was? Ja, noch mal. Nachts⋅ ょureureureureureureaaaaa… Nastantstrategie Vielen Dank.